Hallo, liebe Thailand-Freunde. Heute gebe ich mal meine ersten Anfänge wieder, wie ich es damals erlebt habe, als ich das erste Mal nach Thailand kam. Ach, übrigens bitte nicht wundern, heute nehme ich mal eine Stimme, die mir hilft, meine Aussprache zu verbessern, mich besser und klarer zu verstehen. Einige haben sich beschwert, dass ich so undeutlich spreche, sorry, ich bin es aber immer noch. Also los geht es. Weißt du, in meinen ersten Wochen hier in Pattaya musste ich so einige lehrreiche Erfahrungen machen. Diese Stadt ist wirklich eine ganz eigene, faszinierende Welt, hauptsächlich des Nachts. An einem der Abende beschloss ich, mich auf Entdeckungstour in die berüchtigten Go-Go-Bars rund um die Walking Street zu begeben. Schon als ich eine der Bars betrat, wurde ich von der ausgelassenen Atmosphäre gepackt. Psychedelische Lichtshows, pumpende Beats und natürlich die aufreizend tanzenden Mädchen auf den Bühnen. Ein richtiger Augenschmaus. Ich setzte mich an die Bar, bestellte ein Bier und ließ die neue Umgebung erstmal auf mich wirken. Nach einer Weile nahm eine der Damen Notiz von mir. Sie war schlank und zierlich, hatte samt braune Haut und ein makelloses Gesicht, nahe umrahmt von einer seidigen schwarzen Lockenpracht. Ihre Augen funkelten und ihre Lippen waren zu einem verschmitzten Lächeln gezogen. In enger Hotpants und Crop Top kam sie auf mich zu und setzte sich neben mich. Einfach nur wow. Mit einer Stimme so samtig wie Karamellsoße begrüßte sie mich. Hi handsome, you buy me a lady drink? Natürlich will ich dich ein und bestellte einen der bunten Cocktails für sie. Wir kamen ins Gespräch und ich war fasziniert von ihrer charmanten, aber auch respektvollen Art. Die eleganten Gesichtszüge, ihre perfekten Rundungen, die zierliche Figur, dieser Frau hätte ich stundenlang bei ihrem melodischen Redefluss zuhören können. Als der zweite Drink leer war, fragte sie unvermittelt, you want me to spend night with you? Etwas überrumpelt von der direkten Frage nickte ich nur. Okay, 2000 bar all night? setzte sie hinzu und nannte einen für mich mehr als fairen Preis. Das klang gut für mich, für ihre einnehmende Gesellschaft die ganze Nacht schien ein Schnäppchen. Wir verließen die Bar und machten uns auf den Weg zu meinem nahegelegenen Kondo. Kaum dort angekommen, wechselte ich die 2000 Bart in ihre graziösen Hände. Zu meiner Verblüffung verabschiedete sie sich jedoch bereits nach wenigen Augenblicken, thank you, bye, bye, und war im nächsten Moment verschwunden. Etwas perplex musste ich realisieren, dass ich da scheinbar einiges falsch verstanden hatte. In den nächsten Tagen lernte ich durch aufschlussreiche Gespräche mit erfahrenen Expatriates die gängigen Regeln und Bräuche besser kennen, Die erfahrenen Ausländer hier haben mir einiges beigebracht, was die Regeln und das Funktionieren der Nachtclub-Szene angeht. Dieser ältere Deutsche zum Beispiel, ein richtig cooler Typ, hat mir die Augen geöffnet. Er meinte, die Mädels in den Go-Go-Bars erwarten meist gar kein wirkliches körperliches Dating, sondern wollen nur ein bisschen Aufmerksamkeit und ein paar Drinks vom Haus. Für den ganzen Intimkram gibt's dann spezielle Anbieterinnen, mit denen man die Sachen vorher klar bespricht. Als Frischling kann man da leicht was falsch verstehen. Der Typ riet mir, erst mal auf die Bio-Ladies abzufahren, also die etwas reiferen Ties. Die haben mehr Ahnung, wie der Hase mit uns verrangs läuft und nicht so große Flausen im Kopf. Die knackigen Teenies von der Bühnenshows wollen einem vielleicht den letzten Bart aus der Tasche ziehen, ohne wirklich zu liefern. Mit den Tipps der Expatriates habe ich mittlerweile einen deutlich besseren Durchblick in der Pataya-Nacht-Lebens-Szene. Klar, am Anfang ist man schon etwas überrumpelt von den ganzen Regeln und der bemerkenswerten Offenheit, aber mit der Zeit checkt man die Spielchen und kann gut damit umgehen. Ist halt eine ganz spezielle Welt für sich. Mein Tipp für dich wäre immer vorher fragen, was man für sein Geld bekommen würde. Danke fürs Zuhören des Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017